Leute, Overwatch, heute wieder, am Start! Okay Leute, damit haben wir schon mal neue Zuschauer abgeschreckt, die das Video gerade eingeschaltet haben, zum ersten Mal im Leben auf ein Mr. Morgan Video geklickt haben. Die sind weg, Leute, da sind wir wieder unter uns. Und falls du doch geblieben bist, willkommen, Mann, was geht? Heute spielen wir nämlich wieder Overwatch auf der Konsole, Mann. Wir warten schon wieder eine Minute und 26 Sekunden, viel zu lange schon wieder. Ja, warten wir auf eine Runde. Und es kam ein Kommentar, diesen Kommentar habe ich mir rausgesucht, der hat auch ein paar Likes bekommen. Unter der letzten Konsolenfolge, der hat immer geschrieben, wie wäre es denn mal, wenn du auf der Konsole die Leute einfrierst und nervst und Mais spielst? Sondern wir, okay, probieren wir. Und ja, das ist ein Aquarium, was aktuell, da ist noch nichts drin. Da sind bisher nur Dekuzeug und so drin. Du musst ja erstmal einlaufen und die Pflanzen müssen jetzt erstmal langsam wachsen und so, ne? Aber ja. Oh, da geht es auch schon auf Lumbani, liebe Freunde. Und wir nehmen natürlich... Wo ist sie denn? Da. Haben wir für die Skin? Nein, natürlich nicht. Für eine Konsole bin ich auch erst Level 9 oder so. Alter, der Lelohi, ne? Der hat ein hohes Level. Ich glaube, über 1000 irgendwas. Ich habe keine Ahnung, irgendwas mit 1000 bestimmt. Der Lelohi hat keine Hobbys, Freunde. Und ich als Konsolen-Noob habe natürlich Lelohi als Gegner. Warum nicht, ne? Ach, Leute. Da sind wir. Mal sehen. Was kann ich denn, ne? Das ist klar. Damit kann ich das machen. Damit kann ich das machen. Ah, okay. Die Taste ist für die Eiswand. Oh Gott. Ich werde das nie hinbekommen, Leute. Niemals. Was haben wir? Ey, du fährst Widow, Genji, Anna und Hamster. Das kann ja was werden, Leute. Das kann ja was werden. Attacke. Okay. Hat sich schon mal gelohnt, die Runde. Das war eine sehr tolle Runde. Guck mal, ob das ein Blub tut. Attacke. 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 Ich bin wieder tot. Ey, es läuft richtig gut für mich. Ey, wir müssen die, mir mal, weg von mir. Wir müssen die, die, die Widow. Ich muss die Widow töten. Oder die Asche. Oder die Asche. Okay. Okay, Leute. Wo ist die Widow? Oder hat die Widow zu Asche gewechselt? Kann das sein? Ne, die haben immer noch die Widow. Ich hab sie nur nicht gesehen. Wo ist die Widow? Da unten. Da unten ist die Sau. Bam, Junge. Ja. Nicht mit dir, Mann. Nein. Asche hat mich doch. Aber ich hab die Asche holt. Und die Widow. Beides die Sleeper, Leute. Und dadurch sind wir jetzt auch auf dem Punkt hier, ja. Denn die Widow scheint sehr gut gewesen zu sein von denen. Ziel erreicht. Und jetzt ist keiner mehr auf dem Punkt. Die sind so intelligent. Jetzt gibt es eine Akkür, die Reisrube. Jetzt gibt es eine Akkür, die Reisrube. Ich bin tot. Da hab ich grad meine Ulti geworfen und bin sofort verreckt. Ohne will ich dich erst in das Spiel. Okay, du bist. Wir gehen jetzt von hinten und holen uns die Schweine. Attacke. Da. Ja. 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 Ich muss bei ihm kurz nachladen. Weg mit dir. Weg mit dir. Oh, oh. Nein. Ich hätte Eisblock machen sollen. Warum hab ich den Eisblock nicht gebracht. Weil ich nur zu konzentriert bin, irgendwas zu machen. 33 HP. Ach, come on. Aber wir haben den Punkt endlich. Ja. Dankeschön. Verrecke, Widow. Verrecke, alle. Los. Oh, shit. Das war dumm. Oh, oh. Ich muss mal kurz. Nein. Die Widow ist so gut. Die ist so gut. Obwohl es auf der Konsole ist. Bin wieder da. Mann, ey. Dieses Blöde. Okay, Leute. Wir haben es. Ich schiebe mal in Ruhe weiter. Ganz vorsichtig. Ja, wo ist hier, glaube ich, ein Tracer? Oh, die hat wieder Wallhack an, ne? Da pass ich mal. Da warte ich mal kurz. Bei Wallhack, das ist immer kritisch. Na, es war mir so. Die sind Widow. Auf der Konsole. Habt ihr gesehen, wie ich Widow auf der Konsole gespielt habe? Und die holt einfach jeden. Das fackt mich grad richtig ab, ey. Ich hab keine Ahnung, was ich mache hier. Gar keine Ahnung, Leute. So. Ich hab einfach niemanden erwischt. Niemanden. Nein. Nein, du hast du Glück, Widow. Ich bin halt wirklich mega kacke. Weil ich... Oh. Ich find immer, auf Konsole spielen, ist das viel schwieriger, Overwatch. Das ist einfach weird. Auf PC ist das viel schöner irgendwie. Also, ich spiel eigentlich sehr gerne zusammen auf Konsole. Aber Overwatch find ich auf Konsole einfach... Die hat schon wieder ihre OIT, oder was? Wir müssen die Frasche umliefern. Also, ich spiel. So. Weg mit dir jetzt. Hallo, Halle. Danke. Mann, 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 hier. Ach, nein. Hinter mir war doch die blöde Meurer. Ja, bin ich gesehen. Aber mich hilft die Widow. Immer mich die töten, bin ich richtig glücklich. Ich komme... Irgendwann fest, der drauf. Okay, die Runde eben war ja nicht erfolgreichste. Also, die erfolgreichste, ne? Aber wir haben ja noch Runden vor uns. Und eventuell werden die ja besser. Ich bin schon wieder am... Ich hab wieder dieselben Gegner. Wieder Lelochie und... Oh, Eier. Diese blöde... Mein Ernst, überhaupt gehen schon wieder dieselben. Ich will nicht gegen die spielen. Ich hab gegen die eben verloren. Ich spiel Mai auf Konsole. Ich kann das nicht. Und dann muss ich gegen solche Leute spielen. Also, das find ich scheiße, ja? Die will spielen. Einfach scheiße. So, Leute. Jetzt geht's los. Jetzt geht's los, Mann. Ich bin richtig gehypt, Leute. Okay. Oh, shit, Mann. Oh, shit. Ich komme zurück, Leute. Ah. Rettet mich, bitte. Oh, Gott. Okay, Leute. Okay, Leute. Ich dick mich jetzt rum. Ich bin jetzt undercover. Ich bin jetzt richtig undercover. Ich bin richtig... So richtig undercover. So undercover, dass ich den jetzt hier einfriere. Und bam, Junge. Haha. Haha. Jetzt gehen wir nochmal undercover hier ran. Und holen diese... ...Sniper. Und die... Ja, Mann. Ja, Mann. Ja, ich bin tot. Geil. Oh. Nein, wir verlieren den Punkt. Ich bin schon auf dem Weg. Halte durch. Bam. Weg mit dir. Blöde Sombra, Mann. Das war die Rache für eben. Ich habe gerade... Ich habe gerade auf den Knopf gedrückt. Ah, ich bin aber noch zu langsam. Ich bin noch zu langsam für den Eis... ...Zapfenknopf. Rette dich, Knopf. Für mich sind Mauern. Kein Problem, Leute. Na, einfach rüber da. Feuer. Auf Reinhardt. Auf Reinhardt. Wautalk. 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 Ah, ja, ja, ja. Ah, ja, ja. Weg mit dir da oben. Ne? Du darfst doch nicht durchsnipern, während du dein Infrarot-Kack hast. Ne, ne, ne. Das erlaube ich nicht. Oh. Den haben wir einmal gehirrtet, Leute. Ich komme. Ich komme. Ich helfe dir da oben. Jeder Schweinchen. Oh, shitty shit. Oh, shitty shit. Ach, come on. Mann, wie die jetzt echt gerettet worden ist vom Wautalk, das nervt mich. Ehrlich. Ich tüte dich. Bleib stehen. Aua. Du blöde... Du blöde Kuh. Ist sie tot? Ja, okay, ist sie. Ich komme. Ich komme. Jetzt gibt es jetzt eine Abkühlung. Ja, wo am Arsch der Welt gibt es die. Aber es gibt eine, Leute. Das ist doch das Wichtigste. Ja. Wir haben gewonnen. Gewonnen. Naja. Diese Loser-Gegner. Diese... Diese Loser-Gegner. Können ja gar nichts gegen uns. Wir sind so gut. Nein, okay. Mann. Mai auf der Konsole wohnen. Weird. Einfach weird. Okay, wir öffnen jetzt noch eine Lootbox, liebe Leute. Gucken mal, was drin ist. Vielleicht irgendwas Tolles. Ah, natürlich nicht. Warum auch? Dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder von Overwatch auf der Konsole. Schreibt gerne in die Kommentare, wie ihr noch auf Konsole sehen wollt. Also, wie ich versage, weil ich auf Konsole keine guten Overwatch richtig spielen kann. Gerne in die Kommentare. Bis dann. Und ciao. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020